So, jetzt geht's. Die letzten 800 Meter, die letzten zwei Runden in diesem Siebenkampf. Kato Conner marschiert hier nach vorne. Genau, jetzt das Tempo aufnehmen hier. Hier sind unsere Spitzen-Sieben-Kämpferinnen, angeführt von Kate O'Connor aus Irland. Dann Verena Meier, Emma Osterwechel, Caro Schäfer, Sophie Weissenberg und Tennille Grace. Letzte Runde jetzt. Und sie kämpfen da, um die Punkte, um die Zeiten. Jetzt die letzten 200 Meter. Verena Meier jetzt vorne. Mit 2,1431 braucht sie um die 6.000 Punkte noch zu knacken. Das wird noch mal eine enge Sache hier um den Disziplinen-Sieg. Und jetzt kämpfen sie um die letzten Punkte hier. Emma Osterwechel, Verena Meier. Osterwechel und Meier. Mit starken Zeiten. Dann Caro Schäfer im Ziel. Für Kate O'Connor. Hier kommt Sophie Weissenberg und Tennille Grace. Was für ein Kampf hier auf den letzten 800 Metern. Und da haben wir die Zeiten. Emma Osterwechel gewinnt in 2,1260. ESG. ORGIN. DOS值 im Ziel. Wchw. W carrot.